Und da sind wir wieder! Ähm... Wuh! Wuh! Jetzt brauche ich aber ganz dringend etwas zu essen. Da oben ist ein Springsack. Da oben ist ein Welpe. Dann so gehen wir mal nach oben. Würde ich mal so stark behaupten. Oh! Ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Was? Dann langschwingen und irgendwas mit einer geheimen Kammer an der Seite. So. Ah! Das bestimmt. Ach! Ich bin so gut! Oh! Oh! Ist das hell hier draußen! Tja! Wir erkennen, was wir jetzt haben. Oh! Ich frage mich, wie ich die hintertöten muss. Beziehungsweise kann. Ich werde die alle noch töten müssen später. Aber ich bin ja zu doof dafür gerade. was weil sie Strom rausnehmen wird. Äh, 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 äh! Was solltet denn? Ich weiß jetzt schon, dass es einen langen Episode hiervon geben wird. Runter. Nein! Nein! Ich kann nicht mehr so in dem Spiel failen! Nein! Nein! Du scheiß Nase, du! Na, wartet. Affe kriegen die anderen Gegner. Es ist eins. Auf die Nase. Das kann ich nicht annehmen. Dass ich hier ein Leben verliere. Ich fälle ja nur noch. Was für eine Scheiße. Was gibt es eigentlich heute bei uns zu essen? Ach ja. Schnitze. Pudenschnitze. Jetzt aber. Erstmal das scheiß Steak. Au! Dann nehme ich gleich wieder das Ding. Und rutsche runter. Wie viele denn noch? Nur einen verdammten Knochen? Ein beschissener Knochen? Und dafür habe ich ein Leben geopfert. Was? So. Kuck. Oh ja. Wart so was. Oh, das wird ein langes, langes Spiel. Der hat keinen Tipps für mich. Boah, ich hab jetzt gerade mal 40. Wow! Reite auf dem Kolben bis nach oben. Wenn du fast oben bist, versuch zu springen. Macht bestimmt Spaß. Ah, da muss ich hin. Hey! Schau, das kann man auch nicht mehr. Wo muss ich denn hin? Ach, da muss ich hin. Glaub ich. Ja, aber schlippern. Hä, so runter springe ich jetzt nicht. Das bringt mir echt viel. Ich jetzt aber. Hey, ist das gut, da endlich rauszukommen? Na, den. So. Genutzt. Genutzt. Wenn wir nächstens diese scheiß Raketenwerfer. Oh, F**k. Oh, F**k. Oh, F**k. Oh, krochie. Wow! Woa! Das ist nicht hier! Woa! Ich glaube, ich habe noch nie zu tun. Woa! Kroch! Elbe! Jungen, die sind doch kaputt. Aaaa! Pusztiert! Ich mache mich so ab, Loh! Ich mache mich so ab, Loh! Das wird so nix! Mehr als bellen und rumrollen kann ich doch nicht! Da sind auch noch Knochen! Da sind Knochen! Da sind die Knochen! Scheiße, wann hab ich da machen? Ich hätte auch hoher gucken sollen! Ich glaube, ich habe die Knochen. So, jetzt habe ich aber alle Knochen, glaube ich. Nicht nur! Dann geht's weiter! Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock, dann später wieder von dem selben Scheiß anzufangen! Wenn ich jetzt durch bin, dann habe ich die Arschkarte. Wenn, dann gehe ich auf deinem Knochen und zusammenstelle. So, jetzt wird es beschädigend. Wenn ich die Arschkarte mache, dann mache ich das Vier. Das ist so genauer, dass ich jeden Tag sehe. Ich habe einen Lachen. Ich hätte bestimmt schon alle Knochen, wenn ich wüsste, wie man diese Scheiß Zeppeline kaputt macht. Ja, ich glaube, ich mache dann hier mal einen Cut. Bis gleich!